Hallo zusammen, ich bin Hans-Ueli Guyer und laufe mit am Sponsorenlauf rings um den Greifensee. Ich finde es einfach mega krass, dass heute noch Leute draussen an der Kälteübernacht und kein Obdach haben. Darum sammeln wir für den Fussbus der Sozialwerkfahrer Sieber. Cool, wenn auch du mithilfst mit ein paar Franken, mich zu unterstützen. Herzlichen Dank! Das ist die Schweizer Tafel. Wir verteilen hier Lebensmittel an hilfsbedürftige Leute von dem Sozialwerk Fahrer Sieber. Ja, ich bin froh, dass es der Fahrer Sieber gibt und das Sieberwerk. Ich will im Fussbus oben, da habe ich auch schon einen Tag gebraucht. Ich habe eine Beschäftigung bekommen und werde hier die Schweizer Tafel zweimal in der Woche verteilen. Ich kenne den Pfarrer Sieber auch und das Werk finde ich gut und ich bin dankbar, dass ich das Essen bekommen habe. Ich bin Muriel und seit ich bei dem Sozialwerk Pfarrer Sieber arbeite, sehe ich wie viele Menschen es schlecht geht und die haben niemand mehr, der sie unterstützt. Ich bin motiviert, dass diese Menschen auch privilegiert sein können wie ich und ein besseres Leben führen können. Darum renne ich für sie und ich wäre sehr erfreut, wenn ihr mich dabei unterstützen würdet. Welcome! Bis zum nächsten Mal.